Seit nunmehr 30 Jahren gibt es unser Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit genauso lang wie die deutsche Sektion von Reporter ohne Grenzen. Anlässlich unseres Geburtstags zeigen wir ausgewählte Fotostrecken aus den letzten zehn Jahren in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für verfolgte Künste in Solingen unter dem Titel Keine Freiheit ohne Pressefreiheit. Alle ausgewählten Bildstrecken beschäftigen sich auf die eine oder andere Weise mit dem Thema Verfolgung. Entweder weil sie Verfolgung im Bild thematisieren, so wie die Porträts bedrohter Demokratieaktivisten in Ägypten nach der Freiheitsbewegung auf dem Tahirplatz. Oder weil schon die Aufnahme der Bilder so gefährlich war, dass der Fotograf anonym bleiben musste, um Verfolgung zu entgehen. So der Fall bei unserer Bildstrecke aus Myanmar. Alle Bilder zeigen jedoch auch den unbändigen Willen der Menschen nach Freiheit, nach Demokratie und nach Gerechtigkeit.